Ich habe es geschafft. Jetzt wieder zu. Für viele Leute hier braucht es nichts, oder? Ja, komm fahren wir mal vor. Ja, komm nochmal vor, sonst. Schöpfchen, inutile nicht nur noch, würde ich keine Zeit gehen. Ja, ich habe wieder zu viel Zeit. Das ist ein bisschen Zeit, стала zu viel Zeit. Ja, ich habe wieder zu viel Zeit. Ja, ich habe noch Zeit. Ja, ich habe wieder zu viel Zeit. Ich bin noch, ich bin noch immer wieder zu viel Zeit. Ich bin noch nicht viel Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020